Leute, es gibt endlich auch mal positive Nachrichten in Deutschland. Denn so wie es aussieht, befinden wir uns derzeit ganz langsam auf dem Weg dahin, dass man Zauberei aus der Medizin verbannt. Es geht um Homöopathie. Diese wundervolle pseudowissenschaftliche Behandlungsmethode, bei welcher man einen bestimmten Wirkstoff nimmt, ihn mit Wasser verdünnt, dann klopft und schüttelt und dann wieder verdünnt und wieder klopft und wieder schüttelt und wieder verdünnt und wieder klopft und wieder schüttelt und so weiter, bis man in dem schlussendlichen Wasser den Wirkstoff nicht einmal mehr nachweisen kann. Das wird dann beispielsweise in Zuckerkügelchen gegeben und zack, fertig, hat man halt Zuckerkügelchen. Für irgendeine Wirksamkeit von Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus gibt es keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse, muss es aber dank der Gesetzgebung aus dem Jahr 1978 zum Glück auch nicht, denn hier wurde Homöopathie explizit in das Arzneimittelgesetz aufgenommen, mitsamt der Vorgabe, ist eigentlich keine Vorgabe, es wurde gesagt, dass das Arzneimittel zugelassen werden kann, ohne dass es hierfür einen Wirksamkeitsnachweis braucht. Super. Das einzige Argument für die Homöopathie ist eigentlich ja das eigene Gefühl. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt so eine Karaffe und ich würde da, naja, halt reinpisten. Dann würde ich das mit Wasser verdünnen und klopfen und wieder verdünnen und klopfen und schütteln und verdünnen und so weiter, würdet ihr das Wasser, was dann schlussendlich überbleibt, trinken. Wohl eher nicht. Und zwar nicht, weil da jetzt irgendwie noch groß Urin drin wäre, sondern nur, weil ihr wisst, dass ich da ja anfangs mal reingepisst habe. Homöopathisch gesehen duschen wir demnach auch jeden Tag in Pisse in der Hunderterpotenz. Na ja, da Homöopathie nun aber seit mehr als 40 Jahren im Arzneimittelgesetz nun mal drin steht, wird es auch von den Krankenkassen übernommen, was schon mal zu sagen wie mal ein klein bisschen Geldverschwendung führt und man das Geld vielleicht auch besser irgendwo anders hinstecken könnte, zum Beispiel in wirklich wirksame Medizin. Außerdem wird ja auch gerade in Bezug auf jetzt Querdenker und so weiter vorgebracht, dass ein Dulden und ja sogar Fördern von Nichtwissenschaft im Bereich Medizin eben eine generelle Unwissenschaftlichkeit in der Bevölkerung fördert und duldet. Aus unter anderem diesen Gründen gibt es schon lange Forderungen danach, Homöopathie endlich bitte vielleicht mal aus dem Arzneimittelgesetz zu streichen und öffentlich klarzumachen, was da wirklich drin ist in der Homöopathie. Nämlich überhaupt nichts. Einen ersten Schritt in diese Richtung gibt es jetzt. Denn der Deutsche Ärztetag hat vor kurzem zumindest schon einmal beschlossen, dass die Homöopathie aus der Musterweiterbildungsordnung für Ärzte gestrichen werden soll. Heißt, eine Weiterbildung zum Homöopathen soll es aus Sicht des Deutschen Ärztetages in Zukunft nicht mehr geben, also auch dann nicht mehr die Zusatzbezeichnung Homöopath. Das vom Deutschen Ärztetag ist jetzt zwar nicht verbindlich, denn wirklich wirksam ist nur die Weiterbildungsordnung für Ärzte des jeweiligen Bundeslandes. Allerdings haben bereits vorher schon zwölf der 16 Landesärztekammern Homöopathie gestrichen und vielleicht vielleicht folgen ja nun auch die verbliebenen vier. Zur Begründung führte der Deutsche Ärztetag übrigens an, dass es keine wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit von Homöopathie gebe und damit würden auch überhaupt die Grundsätze fehlen, nach denen in einem kollegialen Gespräch Wissenserwerb in der Weiterbildung überprüft werden könnte. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wie will man bei einer Weiterbildung etwaiges Wissen testen, wenn es kein Wissen geben kann, was darüber hinausgeht, dass Homöopathie halt wirkungslos ist. Bis halt auf den Placeboeffekt. Kann ich mich jetzt eigentlich auch Homöopath nennen? Ich weiß ja alles darüber. Oder? Oder nicht? Ebenfalls interessant ist ein Artikel des Ärzteblattes über diese Entscheidung des Ärztetages, in welchem dann auch direkt die erste Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte zitiert wird, welche die Entscheidung mit Erstaunen zur Kenntnis genommen habe und sagte, Homöopathie habe in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Also, na wenn das so ist. Wir brauchen keine Wissenschaft mehr, sondern nur noch Akzeptanz. Und somit brauchen wir auch keine wissenschaftlichen Studien mehr, sondern nur noch gute Werbung. Wisst ihr, was in der Bevölkerung ebenfalls eine hohe Akzeptanz hat? Freibier. Da sollten sich die Krankenkassen, finde ich, mal drum kümmern. Denn immerhin, an Freibier verdient ja zumindest auch nicht immer Big Pharma. Das ist ja auch immer so ein nettes Argument für die Homöopathie. Jede Kritik an der Homöopathie ist immer von Big Pharma gesteuert. Weil anders als mit echten Medikamenten, an welchen Big Pharma ja ordentlich Geld verdient, wird Homöopathie ja nur aus Nächstenliebe vermarktet. Weil an bis zur Unmessbarkeit verdünnten Wirkstoffen in Zuckerkügelchen, da verdient ja niemand dran. Diese Gewinnmarge. Ähnliche Big Pharma-Kritik schlägt dann ja auch immer unserem Talkshow und Gesundheitsminister Karl Lauterbach entgegen, welcher zu dieser Entscheidung des Bundesärztetages, Bundesärztekammer, auf Twitter folgendes schrieb. Ich begrüße diesen Schritt ausdrücklich. Gute Medizin steht auf dem Boden der Wissenschaft. Für Homöopathie gibt es dort keinen Platz. In einer solchen Frage muss man Farbe bekennen. Mein oh mein. Wenn es doch nur irgendjemanden geben würde, in dessen Zuständigkeit das Arzneimittelgesetz fallen würde und der politisch dafür sorgen könnte, dass Homöopathie jetzt nicht nur aus der Weiterbildungsordnung, sondern vielleicht, vielleicht sogar auch aus dem Arzneimittelgesetz komplett gestrichen wird. Sodass es in Zukunft jeder, der es halt haben will, einfach bei DM kaufen kann, stehend neben den anderen Süßigkeiten, aber die Gesellschaft dafür nicht mehr aufkommen müsste. Wenn es so jemanden geben würde. Wer war eigentlich nochmal Gesundheitsminister? Ja, Lauterbach. Naja, immerhin begrüßt er diesen Schritt ausdrücklich. Fortschritt hin zu einer wirklich hundertprozentig sinnvollen Medizin gibt es in Deutschland halt offenbar nur in kleinen, man könnte sagen, homöopathischen Schritten.